Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns dem Thema Rennsport, der Rennsport Open Beta. Endlich können alle fahren, die Bock drauf haben. Und ja, ich habe mir das Ganze jetzt ein bisschen angeguckt und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie meine Erfahrung ist, was sich geändert hat und was ich am Ende von dem Ganzen halte und wo ich denke, wo die Reise vielleicht so ein bisschen hingeht. So, und wir sind auch direkt in der Simulation und sind hier in dem Overlay und ich habe das letzte Update ausgelassen. Also da gucken wir gleich mal, was ich verpasst habe. Wir gucken uns alles an, was es jetzt gibt. Hier sieht man schon so ein bisschen official Contests, Leaks, Custom Contests für einen Singleplayer. Das gab es auch vorher schon. Aber wo ich drauf eingehen will, als allererstes sind diese Founders Packs. Und zwar gibt es drei Stück an der Zahl. Das ist so das erste, wo man was bezahlen muss in der Simulation bei Rennsport. Bis jetzt war ja, wenn man ein Closed Beta Key hatte, immer alles komplett kostenlos. Und ja, es gibt drei verschiedene Packs. Ich habe das allererste gekauft, weil es mir einfach um die Nordschleife ging. Das kostete 19,99 Euro. Es gibt noch zwei größere Packs, wo es dann auch ein Fahrzeug und unterschiedliche Liverys gibt. Das ist der Porsche 911 GT3 Rennsport. Und ihr seht, die herbezahlten 19,99 Euro werden angerechnet auf die 39,99 Euro für das Platinum Pack und 69,99 Euro für das Diamond Pack. Ich verstehe, dass man ein bisschen, sage ich mal, Geld braucht, um so eine Simulation weiterzuentwickeln. Ich finde die Preise hier für das, was man bekommt, allerdings sehr, sehr hoch. Und wenn das der Preis ist, der auch für den Content in Zukunft kommt, dann finde ich, ist 40 Euro für ein Auto und eine Rennstrecke schon sehr hoch. Und die 70 Euro sind einfach, finde ich, zu teuer. Und deswegen sage ich auch, also ihr braucht theoretisch, um euch Rennsport anzugucken, eigentlich gar keins davon. Dann habt ihr halt die Strecke nicht und das eine Fahrzeug nicht. Und damit gehen wir auch direkt weiter, weil wir gehen mal in eine Sache rein, die mir sehr viel Freude bereitet, sage ich einfach mal, weil es gibt jetzt offiziellen Multiplayer-Content. Und ihr seht schon, das passiert um 20 Uhr, 20.40 Uhr, 20.50 Uhr, 21 Uhr und so weiter und so fort. Hier stehen immer die Uhrzeiten dran. Und was viel, viel wichtiger ist, hier sind überall jede Menge Spieler registriert, die fahren wollen. Und das Gute ist, in allen Klassen, es gibt halt die GT4-Serie, die GT3-Serie, Multiclass, dann gibt es das neue Auto, den 911 Rennsport, die Serie für nur GT4 wieder. Und gestern gab es auch noch Hypercars. Und es ist für jeden immer was dabei und das alles auch immer auf unterschiedlichen Strecken. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, dass es das jetzt gibt. Und vor allem, dass endlich Leute dabei sind, die das Ganze auch fahren wollen. Weil ein großer Nachteil von Rennsport war ja immer, man konnte sich keine KI-Gegner einstellen, um mal zu gucken, wie denn die Physik gegen andere ist. Im Singleplayer konnte man nie Gegner einstellen und das geht auch aktuell immer noch nicht. Und das stört mich auch nach wie vor. Aber jetzt sind die Multiplayer-Server, die vorher eigentlich auch immer leer waren, auf jeden Fall gut gefüllt und man kann sich das Ganze mal vernünftig angucken. Hier sehen wir auch die Autos, die es aktuell gibt. Es gibt jetzt mit dem Update neu den Audi R8 LMS GT4 und den BMW M4 GT4. Das Hypercar oder die Hypercars waren schon im vorherigen Update drin, also einmal den Porsche und den BMW. Und ich zeige euch jetzt einfach ein paar Ingame-Szenen, wie meine Rennerfahrung die letzten Tage war. Und dann sprechen wir noch ein bisschen drüber, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und eins meiner ersten Probleme mit Rennsport war schon mal vernünftige Settings für alles zu finden. Und da fangen wir direkt mit der Grafik an. Denn Triple Screen wird prinzipiell gar nicht unterstützt aktuell. Das kann man nur mit Tricks irgendwie so halbwegs zurecht rückeln. Und das Zweite ist, da wir in der Unreal Engine 5 unterwegs sind, klar, die steht für gute Grafik, aber ich glaube, wir wissen es ja auch aus ACC, dass die Unreal Engine für Rennsimulationen vielleicht nicht die beste Wahl ist, weil ich habe wirklich viel ausprobiert und wenn ich entweder DLSS ausmache, dann bricht die FPS-Zahl vollständig zusammen, dann kribbelt man irgendwo selbst mit diesen Einstellungen nur bei 50 FPS rum. Ich habe das ausprobiert, auf High mal laufen zu lassen, dann ist es aber, sobald Gegner da sind, eigentlich unfahrbar. Und wir fahren hier nur auf Full HD. Ich habe das auch ausprobiert mit 1440p, also mit WQHD. Da wird es auch schon kritisch. Es geht, aber ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Performance in Full HD. Das sieht auch alles nicht katastrophal aus, wenn man das so eingestellt hat. Das ist einigermaßen in Ordnung und das lässt sich auch gut fahren. Es ist einfach so, ich weiß, ich bin hier auf einem Single-PC-Setup unterwegs, aber wir fahren mit einer Ryzen 7 5800X 3D und einer 3070 Ti. Und ich muss jetzt einfach den Vergleich ziehen. In ACC, auch in Le Mans Ultimate, was ja auch noch im Early Access ist, und da im Triple Screen habe ich deutlich, deutlich bessere Performance und deutlich bessere und konstantere FPS, weil ich sage mal so, das Ziel sollte immer zwischen 80, 100 oder sogar mehr FPS sein, obwohl ich mit 80 bis 100 eigentlich immer ganz fein bin. Aber das kannst du in der Konfiguration, in WQHD mit höheren Details vergessen, wenn Gegner da sind. Und von Triple Screen brauchen wir gar nicht anfangen. Also das ist was, wo ich sage, da muss definitiv noch dran gearbeitet werden. Die Grafik-Performance ist, finde ich, aktuell absolut nicht zumutbar. Das nächste, was wir haben, ist in den Audio-Optionen. Man muss für jedes Auto irgendwie die Volumen oder die Audio-Optionen anpassen, weil sonst ist das eine Auto viel lauter als das andere. Das andere ist dann irgendwie zu leise. Dann hört man nicht richtig was. Und das ist auch nicht so großartig gelöst. Und bei den Einstellungen, die wir hier haben zum Force-Feedback, musste man auch alles komplett neu konfigurieren. Das hat aber tadellos und super funktioniert mit meiner Moza Base und dem Moza Wheel und meiner Buttonbox, die dabei ist. Also da wurde alles sofort erkannt. Und das, muss man sagen, funktionierte wirklich gut. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, tu mir einfach den Gefallen, lass jetzt gerne ein kostenloses Abo da. Kleiner Klick für dich, große Hilfe für mich. Vielen Dank, weiter geht's. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, dass man, jetzt gehen wir mal eben kurz zurück hier, und zwar, wo ist es denn hier? Genau. Ähm, äh, die, 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 hier, hallo? Was ist es denn? Achso, genau, ich suche jedes Mal danach. Ähm, das AboV muss man für jedes Auto auch wieder separat einstellen. Das ist für jeden Wagen einzeln zu konfigurieren. Und was fehlt, ist die Neigung, sag ich mal, dass man vielleicht ein bisschen höher sitzt und trotzdem das volle Dashboard sieht. Oder andersrum, dass man sich ein Tiefer setzen möchte und dann das ganze Dashboard sieht. Zudem habe ich die ganze, sag ich mal, äh, Real-Head-Motion-Geschichte, also das adaptiert das hier ja, wie sich das Auto bewegt und der Horizont bleibt und so weiter. Und das habe ich alles ein bisschen runtergestellt, weil das in der Grundeinstellung für mich viel zu extrem war, konnte man aber auch super einstellen. Das funktioniert. Wie gesagt, mich stört es nur, dass ich mein FOV für jeden Wagen neu einstellen muss, dass es nicht irgendwie übernommen wurde. So, und wir starten mit den GT4s, weil ich muss sagen, das ist die neueste Klasse und es ist auch aktuell eine der besten Klassen, finde ich. Ihr seht im Hintergrund, die Startprozedur finde ich sehr cool, auch mal stehende Starts, auch wenn ich das irgendwie noch nicht so wirklich raus habe, weil ich noch nicht so ganz so gut bin. Aber ihr seht schon, das Ganze wird ganz gut. Klar, es gibt nur zwei Autos, dementsprechend ist das Ganze nicht so tolle, das Feld aufgeteilt, was die Vielfalt angeht, aber dennoch kann man sehr, sehr cool mit den GT4s fahren. Ich finde, aktuell haben die GT4s eine gute Fahrphysik, wenn nicht in Rennsport die beste Fahrphysik überhaupt. Ihr habt gerade am Start auch gesehen, es geht auch schon mal ziemlich wild zu, aber größtenteils verkraften die Autos das hier ganz gut. Also die Kollisionsphysik in der ganzen Simulation ist wirklich ganz gut umgesetzt und in den GT4s, was mir halt sehr wichtig war, was man ja vorher in der Beta immer hatte, dass die Physik ein bisschen komisch ist, dass die Autos sehr viel gerutscht sind. Ich muss sagen, hier bei den GT4s fand ich jetzt, war das gar nicht so der Fall, es war völlig in Ordnung und das Auto fuhr einfach nachvollziehbarer. Und das ist für mich was, was ja in so einer Simulation einfach immer mit am wichtigsten ist. Die Autos müssen nachvollziehbar fahren und man muss im Lenkrad ein bisschen das spüren, was das Auto einem gibt. Man fühlt sich in den GT4s auf jeden Fall verbunden mit der Straße und das Ganze macht auf jeden Fall so am meisten Sinn und macht für mich aktuell in Rennsport die GT4-Klasse am meisten Spaß. Und das Rennen auf Spa war auch sehr gut, sowieso Spa in der neuesten Variante sehr cool umgesetzt, macht sowieso sehr viel Spaß. Und ja, ihr seht aber auch hier in Rennsport geht es relativ wild zu, da es ja aktuell kein Strafen-System gibt. Man kann zwar Spieler reporten, habe ich gesehen, aber ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt, wer sich darum kümmert. Aber im Großen und Ganzen hat diese GT4-Rennserie dem Ganzen hier auf jeden Fall sehr gut getan und das, finde ich, war eine gute Idee, die einzubinden. Und ihr seht auch hier, man kann wirklich schöne Duelle haben, Kopf an Kopf. Und auch wenn es hier mal zu einer Berührung kommt, ist es auf jeden Fall nicht so, dass sich die Autos sofort wegdrehen, dass man sofort irgendwie, ja, sich wegspinnt, wie das ja leider in ACC sehr oft der Fall ist. Kleinste Berührung, das Auto dreht sich, das ist im Rennsport auf jeden Fall besser und da kann man sehr, sehr cooles Racing haben, wo man nicht sofort frustriert ist, wenn es mal einen Kontakt gab. Weil man sich dann dreht. Hier seht ihr jetzt sofort die andere Startvariante, die es gibt, der fliegende Start. Da muss man sich auch, wie man das halt kennt, in so einer grünen Box aufhalten, auf seiner Linie bleiben. Dann, ja, geht es auch gleich direkt los. Hier sind wir eben den Hypercars unterwegs. Ich habe den BMW genommen. Es gibt ja noch den Porsche als Hypercar. Und auch die Hypercars fahren sich sehr, sehr gut dafür, dass die ja eigentlich, sage ich mal, auf der Bremse und sehr, sehr empfindlich sind und auch gerne mal, wenn man eine niedrige TC fährt, sehr schnell zum Übersteuern tendieren. Ist es so, dass sich das auch hier in Rennsport sehr, sehr gut angefühlt hat. Also auch die Autos finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Auch hier hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Das Rennen war sehr cool. Auch wenn es hier wieder nur zwei Fahrzeuge gab, aber immerhin gibt es unterschiedliche Klassen und die Klassen fahren sich aktuell sehr, sehr gut. Aber auch hier ging es mal wild zur Sache, wie ihr schon seht. Also der eine oder andere wurde auch hier mal abgeräumt. Aber das gehört halt dazu, sage ich mal, alle lernen die Simulation gerade kennen. Man kennt vielleicht hier auch noch nicht die Bremspunkte. Wie verhalten sich die Autos immer so hundertprozentig? Vor allem auch, wie verhält sich jetzt der Gegner? Weil man hat ja hier kein Rating, kein Ranking-System. Also aktuell ist es ja so, jeder fährt gegen jeden, egal auf welchem Skill-Level man sich irgendwo bewegt. Und das merkt man einfach, weil man an manchen Stellen deutlich schneller ist als viele andere im Feld. An manchen Stellen bist du einfach auch noch eine ganze Ecke langsamer als viele, die es vielleicht schon ein bisschen länger fahren oder auch die, die einfach besser sind, keine Frage. Aber es ist einfach so, noch fahren alle völlig gemixt durcheinander. Und trotzdem muss ich sagen, ist das Racing cool. Man findet immer irgendwo einen Gegner, mit dem man, ja, irgendwie einen coolen Fight haben kann. Also, weil aktuell einfach eine Menge Leute fahren. Und das wirkt sich auf jeden Fall sehr, sehr positiv auf die ganze Situation aus und macht dem Ganzen, ja, sehr, sehr viel Spaß. Und da ist es auf jeden Fall ein guter Punkt, sage ich mal, deutlicher Pluspunkt für Rennsport. Wenn man hier so die Leute jetzt dazu kriegt, dass die das Ganze mal fahren, dann macht es auf jeden Fall auch Spaß. Auch wenn du mal von hinten übelst einen auf die Karre gekriegt hast und man die Schikane mit Sicherheit so nicht fahren sollte. Ihr seht auch, es gibt ein Strafpunkte-System. Und, ja, wenn man diese Incident-Points dann voll gemacht hat, das dauert manchmal länger, manchmal nicht ganz so lange, dann hat man fünf Sekunden Zeitstrafe. Und hier haben wir noch die dritte Variante eines Starts oder so, wie man es nicht macht. Ich habe den Countdown nicht abgewartet. Man kann also auch, bevor der Countdown abgelaufen ist, mit dem Auto schon ein Stück nach vorne fahren. Das gibt übrigens eine Strafe, die ich nicht sofort bemerkt habe. Und zwar, wenn man einen Fehlstart hinlegt, gibt es eine Drive-Thru. Und zwar habt ihr dann drei Runden Zeit, diese abzusetzen. Und hier sind wir auf Monza. Und Monza hat Turn 1 gehalten, wie man Monza so kennt. Gab natürlich erstmal einen Unfall. Und wir sind auch gleichzeitig in eigentlich meiner Lieblingsklasse unterwegs, den wunderschönen GT3s in unserem GT3-Porsche. Aber in Rennsport ist es und bleibt es nach wie vor einfach meine Sorgenkind-Klasse. Weil ich finde, bei Rennsport ist es so, irgendwie ist es bei den GT3s so, dass die vom Fahrverhalten, vom Feedback her einfach nicht ideal sind. Ist nicht perfekt gelöst, wie man das Ganze hier fahrtechnisch, finde ich, umsetzt, wie die Physik aktuell ist. Ja, man fühlt sich eben nicht wie in den GT4s so connected mit der Straße. Man ist viel am Rutschen, man ist viel am Sliden. Und da kommt man irgendwie immer in so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, okay, hier müsste man jetzt doch eigentlich ein bisschen anders durch die Kurve fahren. Wahrscheinlich ist es in Rennsport einfach aktuell so, man muss sich das Rutschen zunutze machen. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass es sich für mich, ich weiß ja nicht, wie die Autos in echt fahren, aber es fühlt sich für mich, gerade wenn man jetzt die GT4s oder auch die Hypercars im Vergleich dazu nimmt, nicht ganz so nachvollziehbar an, wie ich das gerne hätte. Und das Force Feedback ist irgendwie nicht so intensiv oder so, ja, auch nicht nur nachvollziehbar, wie man das von anderen Autos oder von, ja, auch von anderen Autos und von anderen Simulationen, die GT3 simulieren, so kennt. Und wenn ihr dann so ein Rennen beendet habt, dann werdet ihr immer so einen kleinen XP-Auflistung sehen, wo ihr dann seht, kleiner gelben Balken geht nach vorne und ihr seht, welches Level habt ihr aktuell erreicht und wie viel XP fehlen euch noch zum nächsten Level. Und nach den ersten fünf Rennen werdet ihr dann eingeteilt in so eine Klassifizierung. Ich bin jetzt Silber und habe ein Safety Rating gekriegt. Ja, und das ist der aktuelle Stand zur Rennsport Open Beta. Ihr könnt es gerne selber ausprobieren. Ihr müsst euch dafür einfach nur im Epic Store das Ding runterladen, die Rennsport Beta und dann ein Account auf der Rennsport Seite erstellen. Und schon könnt ihr selber losfahren und euch davon überzeugen, wie euch das Ganze gefällt. Vielleicht sagt ihr ja, das ist genau euer Ding und ihr habt da absolut viel Spaß dran. Ich wünsche es euch. In meinen Augen hat Rennsport einfach ein ganz großes Problem, weil ich finde, sie haben echt viel richtig gemacht. Sie haben zwar noch einige Baustellen und wir sind ja auch noch in der Beta, aber sie haben auch ein ganz großes Problem. Und zwar ist es das, wenn du Spieler von aktuellen Games, ob das jetzt im Simracing ist oder sonst wo ist, aber bei uns jetzt explizit im Simracing ist es so, wenn du Fahrer aus der aktuellen Simulation zu einer neuen Simulation holen willst, dauerhaft, dann musst du in deiner Simulation halt besser sein als die aktuelle Simulation oder etwas besser machen als die aktuelle Simulation. und ich finde einfach, um jetzt, sage ich mal, die beiden Platzhirsche, ein ACC oder ein iRacing abzulösen, sind sie noch sehr, 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 sehr weit entfernt. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, sie sind nah dran oder es könnte bald so sein, sondern sie sind einfach noch wirklich, wirklich weit entfernt, um da irgendwie dran zu kommen, weil die anderen natürlich auch schon Jahre der Entwicklung an Vorsprung haben. Aber das ist genau das große Problem, glaube ich, bei Rennsport. Da ist in meinen Augen, um es jetzt nochmal zu sagen, Le Mans Ultimate einfach näher dran, um irgendwie da was erreichen zu können. Und da müssen sie definitiv in Rennsport dran arbeiten, um da irgendwie was zu erreichen, was zu leisten, was den Nutzer auf jeden Fall dazu bringt, jawohl, das ist in den und den und den Punkten nicht genauso gut, sondern wirklich besser und gut anders besser als Mehrwert für den eigentlichen Simracer, um einen Wechsel hinzubekommen. Da ist die Frage, wo soll denn die Reise von Rennsport hingehen? Das wissen wir halt nicht so genau, da können wir immer nur mutmaßen. Aber da müssen sie in meinen Augen noch einiges machen, wenn sie denn diesen Markt erreichen wollen. Gerne in die Kommentare. Wie ist eure Meinung zur Beta? Habt ihr sie schon ausprobiert? Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Schaut euch jetzt gerne mein nächstes Video an und dann sehen wir uns on track. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Alex.